Bald waren die Odilon-Premieren große Mode, wozu nicht wenig beitrug, dass die rasch wechselnden Abenteuer des neuen Stars dem Wiener Tratschbedürfnis wie kommene Nahrung boten. Hallo? Hallo! Bitt, ist die Gnädige zu sprechen? Ah, Bertha, du leist mir dein süßes Ohr! Du, du, mir ist was passiert. Also seit der Geschichte mit der Schrat habe ich so schön Ruh gehabt. Rady, mach dich nicht lächerlich. Jede Woche bist du in eine andere verliebt. Verliebt, 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 das ist was ganz anderes. Das waren so schlichte Sachen. Aber jetzt, seitdem ich diese Frau geküsst habe, weiß ich erst, was die von mir so oft besungene Liebe ist. Ich kann einfach ohne die Odilon nicht leben. Die Odilon? Oh, Rady. Na was, 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 kommst du am Ende mit einer Moralpredigt? Hast du denn kein gutes Wort für mich? Du hast recht, ich. Ich war nur so überrascht, weil du der Inbegriff des Wieners bist und sie doch etwas preußisch angehaucht. Eine Frau hat keine Nationalität, die hat nur ein liebes Gesicht und einen herzigen Mund und Augen, in denen man sich ertränken möchte und noch andere Sacherl, die auch nicht ohne sind. Und wenn die Odilon aus der Hölle kämen, mir ist sie das Paradies. Bertha, ich heirate sie. Sie ist auch ganz verrückt nach mir. Ja? Du hast mir immer gesagt, dass du nur die Schrat hättest heiraten können, weil ihr so wunderbar zueinander passt. Ja, ja, die Kathi. Aber für einen Herrn Peron hat's mich stehen lassen. Und das, weil er da noch nicht einmal nobel genug am Majestät hat sein müssen. Aber, Bertha, auf einmal spüre ich nix mehr, wenn ich von ihr rede. Ich denke nur an die Odilon. Wie lange war sie ihm treu? Einen Monat? Eine Woche? Ein Tag? Eine Stunde? Wer könnte es sagen? Ich glaube, es hat sich eine Frage gelesen, die ich dann hervorragende. Ja, ist das eine Frage.